Tor! Tor für die Fortuna! Was für ein Traumtor! Ich werde wahnsinnig! Sascha Rösler, sowas habe ich ja noch nie gesehen. Von irgendeinem Fortuna-Spieler! Ja, ist er denn wahnsinnig! Was für ein unfassbar geiles Tor von Sascha Rösler! Ein Vollrückzieher! Setzte er rein aus sieben Metern! Rechts oben in den Winkel! Was für ein Traumtor! Das ist das Tor des Jahres! Das steht jetzt schon fest! Da kann es kein Schöneres mehr geben in diesem Jahr!